Okay, und wieder zurück zu... Ja, ihr wisst schon, was ich spiele. Ah, Ganons Tempel suckt balls! Aber sowas von... Nein, ich wurde getroffen. Ich kann nicht mehr schießen. Doch, ich kann noch schießen. So, jetzt frage ich mich, ob da rechts auch ein Tor ist. Das wäre nämlich useful. Moment, ich frage mich erstmal, ob... ich von dem Raum hier aus ins Auge komme. Von diesem... Ah! So, okay. Bomben auswählen und hoffen, beten. Bitte. 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 Scheiße! Da komme ich aber von hier nach links, garantiert. Nein! Wir haben dir die Fähigkeit genommen, mit meinem Schwert zu schießen! So. Ich hasse das, dass man hier so viel mit Bomben machen muss. Irgendwie sagt das. Okay, das war klar. Das musste jetzt sein. Und anders hätten wir da nicht reingekommen. So, was bei dir? Oh, wie niedlich. Gut, hier war der Raum. Very useful. Okay. Kaputt, kaputt, kaputt. Komme ich von hier vielleicht ins scheiß Auge? Mann! Nein! Mann! Ich habe aber noch ein Ass im Ärmel, denn vielleicht. Was soll ich jetzt? Komme ich hier nach links, äh rechts? Habe ich das gerade schon ausprobiert eigentlich? Fee! 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 Oh mein! Fee! Also, habe ich das jetzt hier getroffen? Na, es hat nicht geklappt. Oh Mann! Vor allem, ich probiere jede Seite aus! Und ich wette, die letzte Seite! Die allerallerletzte! Die als letztes Testet! Die ist es dann! Natürlich wird es so sein! Hallo! Hallo Magier! 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 So, okay. I'm safe now! I'm safe! Sooo! Und hier noch weiter runter. Und ich habe übrigens immer noch keine Karte, wollte ich mal angemerkt haben, ihr Isioten-Entwickler. Aber hier muss ja irgendwo nach rechts kommen, sehe ich gerade. Bomben. Hier vielleicht. Cool! Yeah! Super! Jackpot! Oh, fuck! Nein! Komm nicht so nah! Außer, wieso machst du das jetzt so oft? Dreh nicht so durch! Ähm... Ich treffe nicht mehr. Und der kommt rechts raus. Das ist cool. Kann ich jeden auch treffen. Ne, schade. Hallo! Dreh nicht so am Rad, man! So! Ah, ne! Oh, endlich! Das bringt mir jetzt auch noch voll viel. Egal! Egal! Jetzt weiß ich wenigstens, dass das da überall noch weiter geht, oder? So! Okay! Ich wurde getroffen. Nein, wurde ich nicht! Oh mein Gott! Oh Gott! Er hat vorhin nicht getroffen. So! Autsch! 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 Ihr seid doch anscheiße! Ihr seid so beknackt, ihr kleinen Viecher! Wissen wir das eigentlich? Oh! Can't use my sword! Can't use sword! Can't use sword! Ich hasse diese scheiß Elektro-Dinger! Die gehen einfach nur auf den Sack! Aber sowas von! Guck mal, wie viel denn denke ich einen scheiß Raum verloren habe! Was dort von oben werden ist! So! Verschieben! 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 Sag mir nicht, dass dieser Raum nutzlos war! Erfreuen Köpfe! Ich hasse euch! Geht runter! So! Schwingen! It worked! Nein! Keine Bomben mehr! Nein! Keine Bomben mehr! Ich hasse es, wenn das passiert! Wow! Hallo! Jumpers! Guck mal, wie sich sie jetzt wegmähen kann! Aber nach! Mann! Das regt mich jetzt auch ein bisschen irgendwie, ehrlich gesagt! Ich habe mir gehofft, dass ihr hier nachkommt! Vielleicht finde ich hier ja noch einen Kompass oder das andere Item! Wäre mal auch ganz cool! Weil irgendwie weich ist überall! Und nirgendwo war was! Und da das rechte linke Auge, meine ich komme ich gar nicht rein! Oh! Scheiß Viecher! Oder! Na gut! Kann ich gebrauchen! Stimmt! Ah! Schlüssel kann ich gar nicht gebrauchen! So! Manchmal ist es einfach besser, einfach da zu stehen und zu ballern! Dann wird man zwar getroffen, aber... Yes! Warum nicht gleich so? Warum habe ich nicht sofort so ein scheiß Item gefunden? So! Und das versteckt sich hier? Äh... Ach ihr! Wow! Auf einer sehr unfairen Map, wie ich finde! Das ist aber gut! Die Schwack muss entdecken! Wow! Unfair! Das ist unfair! Und das ist sehr fair! Und werde ich nicht dagew... Allilue, lad dich bitte schneller auf! Kleiner CSS! Na, das klingt! Danke! So! 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 Schießt ja auch nicht. Schieß! Entsch charged mit einem nichts... ...was soll für einer? Einen Schlüssel! Och, wie geil! Ey! Die Alte sind großteils sehr nutzlos in diesem Spiel! Ich war aber noch in einem Raum nicht. Da ganz unten am Anfang sehe ich nämlich gerade erst. Und wo ist das letzte Item? What the... Der Kompass vor allem. Irgendwie verarscht mich das Spiel. Gerade in diesem Augenblick ziemlich hart. Kompass fehlt noch. Und, äh, dieses mysteriöse, besondere, besagte Item der Macht fehlt auch noch. Aber es muss hier geben. So, wie komme ich jetzt noch runter? Guck mal, Hoffnung! Oh, Fail! Ah, ah, genau! What the... Komm ich ja nicht wieder zurück, wenn ich da langgehe? Mal ganz grob gefragt. Also, das Auge soll ein Geheimnis birken. Ich sehe davon nichts. Ich habe ja von oben, von links und von... Ja, von hier komme ich wahrscheinlich da... Moment, Moment! Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wenn das funktioniert, dann... bin ich froh und hoffe, dass da nicht der Kompass ist. Denn der ist mir jetzt gerade im Augenblick... So, wie soll ich sagen, aber... Der ist mir so relativ egal mittlerweile. Ich möchte was ganz anderes. Denn ich will das andere Item. Ich möchte zumindest wissen, was es ist. So. Hallo. Bitte funktioniere. Yes, es geht! Oh my God! Hallo, hallo, geh weg. Bitte. Yes! Secret! Nein, Magier! Das ist das Secret? Ein Haufen Magier, die ich betteln kann? Toll, enttäuschung. Ihr hättet ernsthaft... Ihr hättet verwettet, dass hier irgendwas ist? Aber nein. Natürlich nicht. Das Einzige, was man hier findet, ist der Kompass. Der Kompass. Das ist unfair! Wo ist das andere Item? Na egal, wenigstens etwas. Autsch. Okay, jetzt muss ich überlegen. Wo könnte das sein? Wo könnte das sein? Ich hab keine Ahnung. Ich war überall. Es fehlt noch ein Item. Und es muss irgendein Upgrade sein. Was auch immer. Es ist auf jeden Fall ein Upgrade, weil mein Platz ist voll. Oder irgendwas, was ersetzt wird. Vielleicht ersetze ich ja den Bogen. Oh nee, warte, den Bogen hab ich grad bekommen. Vielleicht verwechsel ich ja... Er setze ich ja den... Pumarang durch eine Shotgun oder... ...eine Unzi oder ein Panzer. Ja, da würde ich ja durchmähen und sagen... Hallo, Flamme, geh weg. Das würde ich doch so sagen. Okay. Okay. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Hallo. Du Spastenvieh. Und jetzt... ...sind wir froh. Gut, ich gucke, ob da unten Gang ist. Wenn nicht, dann schnell raus. Oh, Mann. Warte. Dann nicht. Wie denn dann? Wo denn dann? Was denn dann? Warum? Ich geh nochmal raus. Okay, und zwar... ...ge ich deswegen nochmal raus, um mir noch einen Trank zu kaufen.